Krisenerscheinungen Dieses Phänomen steht im Zusammenhang mit Geistern und tritt kurz nach einem Todesfall auf. Dabei gibt sich die Erscheinung des Verstorbenen noch einmal, meist vor engen Angehörigen, zu erkennen. Die Erscheinung bzw. Person wird als sehr real wahrgenommen, ist jedoch meist etwas transparent. Außerdem dauert die Erscheinung meist nur wenige Sekunden bis Minuten. Gezeigt wird der Verstorbene genauso, wie er kurze Zeit zuvor starb. Das heißt, eventuelle offene Wunden sind zu erkennen oder auch die zuvor getragene, blutverschmierte Kleidung. Der Tod spiegelt hierbei natürlich die Krise wieder. Und der Verstorbene hegt dabei den großen Wunsch, sich zu verabschieden. In dem nun folgenden Vorfall trat eine derartige Krisenerscheinung in England auf. Wie immer wünschen wir viel Spaß mit dem Bericht. Mitte 19. Jahrhundert Clapham, England Zur damaligen Zeit war es noch üblich, eine ungewünschte Romanze zwischen zwei Menschen durch meilenweite Trennung des Paares zu unterbinden. So auch in diesem Vorfall. Ellen war noch jung und verliebte sich in einen Mann, dessen Ansehen für die Eltern schandhaft war. So brachten sie ihre Tochter schließlich nach Brighton, weit weg von dem Mann. Dort würde sie sicher nach einiger Zeit wieder zur Vernunft kommen. Eltern, Bruder und Schwester lebten demnach kurzzeitig ohne sie auf dem Anwesen in Clapham. Eines schönen Abends, die Mutter saß mit ihrem Sohn auf der Veranda, erblickte der Sohn in weiter Entfernung eine Gestalt. Je genauer er hinsah, desto sicherer war er sich. Es musste sich um Ellen handeln. Aufgeregt setzte der Sohn nun die Mutter darüber in Kenntnis. Diese sah von ihrem Buch auf und erkannte sofort, dass es sich um ihre Tochter Ellen handelte. Damit der Vater, bestimmt erzürnt über die frühe und nicht erlaubte Rückkehr der Tochter, nichts davon mitbekam, sollte der Sohn schnell zu Ellen laufen und diese heimlich ins Haus geleiten. Doch nur wenige Tage zuvor hatte der Sohn sich den Fuß verstaucht. Also rief die Mutter schließlich nach Mary, ihrer zweiten Tochter. Diese kam auch sofort angerannt und tat, wie ihr befohlen. Sie rannte, so schnell sie nur konnte, zu Ellen auf die Wiese. Ellen selber ging, völlig unbekümmert, einfach weiter. Mary hatte sie fast erreicht. Immer wieder rief sie Allens Namen, doch sie reagierte in keinster Weise. Als Mary endlich bei ihr angekommen war, streckte sie die Hand nachher aus, doch sie glitt einfach durch sie hindurch. Noch einmal versuchte sie, ihre Schwester am Arm zu packen und wieder fasste sie ins Nichts. Darauf war Mary geschockt und blieb stehen. Ellen ging immer noch einfach weiter, löste sich jedoch langsam in Luft auf. Nur kurze Zeit später war sie schließlich völlig verschwunden. Mary ging zurück zum Haus und erzählte von ihrem Erlebnis. Die Familie betrachtete dies als schlechtes Omen und wusste sofort, dass Ellen etwas zugestoßen sein musste. Tatsächlich erhielt die Familie bereits am nächsten Tag die Nachricht, dass Ellen sich gestern, genau zu der Zeit der Erscheinung, ins Meer gestürzt hatte. Sie hatte die Entfernung zu ihrem Geliebten nicht mehr ausgehalten und vor lauter Liebeskummer den Freitod gewählt. Bei dieser Krisenerscheinung hat sich die gezeigte Person von der Familie entfernt und hat auf deren Rufe nicht reagiert. Auch blickte sie keinen der Familienmitglieder direkt an, was bei einer Krisenerscheinung nicht unüblich ist. Die Verstorbenen möchten ihre Angehörigen über deren Tod informieren. Dabei wird angenommen, dass dieser letzte Akt sowohl den Frieden des Verstorbenen als auch den Frieden der Hinterbliebenen dienen soll. Natürlich gilt auch hier, wie bei den meisten übernatürlichen Phänomenen, dass es keine handfesten Beweise gibt. Man weiß leider noch nicht, um was genau es sich handelt und was diese Erscheinungen auslöst. Vielen Dank.